Musik Tja, das war dann doch ein guter Tag. Die 150 sind gerissen, endlich. Trotz der Tatsache, dass wir heute ein bisschen Wind hatten. Es war nicht ganz so schlimm wie gestern rund um Osnabrück und natürlich heute auch nicht ganz so bergig wie im Teutoburger Wald. Dafür heute viel, viel schöne Landschaft. Angefangen haben wir ja in Twistringen, haben kurz die Tafel besucht, sind dann nach Diephol zur Tagesstätte gefahren und danach war ich ja quasi frei, konnte fahren, wo ich wollte. Und muss ganz ehrlich sagen, also zwischendrin mal ein klein wenig Regen, aber es war fast überall sonnig und besonders gut hat mir natürlich der Dümmer gefallen. Ein bisschen Wasser so als Nordmensch ist ganz, ganz schön, ist ganz, ganz toll. Und im Grunde genommen muss ich sagen, ich schaffe es, die 150 Kilometer jeden Tag zu fahren. Heute hat es geklappt, gestern ja nicht ganz, aber das kann ich glaube ich in den nächsten Tagen aufholen. Und ich bin jetzt guter Dinge für den nächsten Tag. Und dann geht es nämlich in die Grafschaft Bentheim. Und da gucke ich mir mit Sicherheit mal die Burg Bentheim an, Kindheitserinnerungen, die da stattfinden. Und natürlich wollen wir auch noch mal schauen, wie es an der Grenze zu den Niederlanden aussieht. Und dann geht es, wie es an der Grenze zu den Niederlanden aussieht. Und das ist, wie es an der Grenze zu den Niederlanden aussieht. Und dann gehen wir auch noch nicht. Und dann gehen wir auch noch mal auf und dann gehen. Und dann gehen wir auch noch mal aus. Vielen Dank.